Bleibt alle cool. Du, bleib cool. Nicht aufhalten. Verstehst du die Bedeutung der Worte? Nicht aufhalten. Sicher. Was heißt das? Das nennt man einen Punch. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen und ich will, dass du nur mit Ja oder Nein antwortest. Was ist? Willst du das hier überleben? Ja. Okay, Rumpfheimer. Treiben wir uns rum. Das ist genau der wichtige Laden, wenn ich... Wir könnten Probleme bekommen. Da draußen warten eine Meute von Vampiren. Die versucht hier reinzukommen, um uns unser Blut auszusaugen. Willkommen in der Sklaverei. Nein, danke. Ich war schon mal verheiratet. Von dusk till dawn.